Die Horizont Agrartechnik hat ihre Produktpalette um drei innovative Weidezaungeräte erweitert. Heute ist Programmierung per Handy angesagt. Die Batterie des Weidezaungeräts kann per SMS mit dem Mobiltelefon überwacht werden und es kann über GPS überall auf der Welt geortet werden. Für eine Reparatur der Anlage brauchen Sie nicht aufwendig zwischen Gerät und Reparaturstelle hin und her zu fahren. Sie können es bequem aus der Ferne ein- und ausschalten. Sollte sich Ihr Gerät einmal verlaufen haben, erfahren Sie es in wenigen Minuten und bekommen den genauen Standort übermittelt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017